Hallo Leute, das ist Krischi. Krischi macht heute die Kulisse, denn Krischi will heute ein neues Video haben. Oh, ihr seid schon da. Herzlich willkommen. Mein Name ist Krischi und heute reden wir über Fußballfans. Ja, äh, viel Spaß. Und jetzt gehe ich. Tschüss. Tschüss, tschüss. Oh, mein sieht mich immer noch. Oh, dann tschüss. Kommen wir zu der Nummer 1, der Klugscheißer. Ja, äh, guten Tag. Mein Name ist Herr Stuhl Linky. Hey, wir befinden uns hier, äh, äh, in Fortaliza. Und heute, äh, geht es um die deutsche Nationalmannschaft. Was hat sich Juri Löw dabei gedacht, Reus nicht spielen zu lassen? Ein Skandal! Also der Reis, ne? Der hat einen Sinn der Muse bei einem Anriss. Äh, ja, hab ich denn gesagt, äh, dass Reus, äh, mitspielt? Ja. Ja, äh, das, äh, das hab ich zwar gesagt, aber... Äh, schreibt mir mal wieder zu spielen. Kommen wir zu der Nummer 2, Dekollerika. Ah, es dreht sich. Üh, oh ne, oh ne, oh ne. Ja, schieß doch das Tor. Nein! Er schieß das Tor nicht. Und noch. Nein, der ist los drin, 1-0. Scheiße, so eine Kacke. Ich hab keinen Bock mehr, so eine Kacke. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Gescheiß geschaust wieder hier. Mach den Scheiß Nutschke aus. Und weil es kacke hier. Mach doch die Kamera, aber du kacke, alter Scheiße hier. Oh, das ist kacke. Oh, wenn du jetzt die Kamera raus machst, ich hab keinen Arsch. Okay, das war übertrieben. Kommen wir zu Nummer 3, der Deplatzierte. Oh, mein Mann, 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 oh. Kommen wir zu Nummer 4, der Desinteressierte. Warum freist du so? War das gerade ein Tor? Ja? War das gerade ein Tor? War das gerade ein Tor? Interessiert mich irgendwie nicht. Richtig dicken Popel. Vor langer Weile popel ich einfach mal. Oh, ist ja also schleimig. Mamm! Ah! Was ist das? War 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 das? Warte mal. Ich muss mal drauf gucken, ob ich es aufnehme. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, liked es. Wenn es euch nicht gefallen hat, liked es. Es tut mir leid, dass ich die letzten Wochen die Videos nicht regelmäßig hochladen konnte. Hier in diesem Kasten kommt ihr zum letzten Video und abonniert uns. Zehn Minuten später. Vielleicht krieg ich ihn nicht. Oh! Tchuch! Oh! Huh! Hey, dass du für dich bist!